Hallo ihr Lieben, die Kawaii Box ist mal wieder da und ja, ich bin total gespannt was da drin ist, weil die hat nämlich diesmal eine ganz andere Form. Ich war echt erstaunt, die Kiste ist ja viel schmaler, die ist nur noch so schmal und dafür aber echt lang. Ich versuche es euch mal zu zeigen, die geht leider nicht ganz drauf. Die geht von hier bis hier und ja, wie gesagt, die ist total schmal und lang, keine Ahnung warum. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wir schauen mal zusammen rein und ich bin echt gespannt was drin ist. Es ist die Februarbox und ja, wie gesagt, wir wollen ja nicht lange auf die Karte gucken, sondern wollen uns ja überraschen lassen. Und ich hatte auch ein neues Papier, sehe ich gerade, das ist auf jeden Fall ganz rosa. Früher stand da immer Kawaii Box und sowas drauf. Ich ziehe einfach mal irgendwas raus. Und zwar haben wir hier, naja, das ist so ein, sowas ähnliches war schon mal drin. Und zwar ist das ein Handy-Anhänger und ich finde den irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil das ein Fisch ist. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das ein Fisch und der hat hier so ein Sahnehäubchen im Maul, was eigentlich echt schön ist in diesem rosa. Und da sind hier so Stäbchen mit drin und hier eine, ja, Zitrone oder sowas. Und hier dieses Schokoherzchen mit Love. Und ja, keine Ahnung, an sich finde ich es cool, aber ich finde es doch ein bisschen strange, dass das ein Fisch ist, der das im Maul hat. Aber ja, gut. Ist halt Geschmackssache. Ja, dann holen wir mal das nächste raus. Und zwar einen Stift. Der ist ja auch süß. Der sieht irgendwie aus wie so ein Schaf oder sowas. Gucken, hier sind so Blätter noch drauf. Ja, da steht's. Babyschieb. Oh, der ist echt süß. Und das ist auch wieder so ein, ja, ganz normaler Fineliner, denke ich mal. Ja, die Stifte sind ja immer cool. Kann man ja nichts zu sagen. So, dann, ähm, nehmen wir mal das nächste. Und, ah ja, das ist ziemlich groß. Wahrscheinlich ist es deswegen die Box, ähm, so breit, weil das genau reinpasst. Und ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Ach, guckt mal. Magic Balloon Making. Ach, nein, das ist ein Luftballon. Wie geil ist das denn? Sowas hatte ich ja auch noch nie. Ähm, kennt ihr wahrscheinlich jeder von der Kindheit. Diese, diese Ballons, die man immer so irgendwo bekommen hat. Wo immer so nette Menschen standen und da die geformt haben. Und das finde ich ja mal total cool. Ähm, da ist hier auch eine Pumpe dabei, wo man die Ballons eben, ähm, aufblasen kann. Und hier sind sogar Wackelaugen, die man da draufkleben kann. Und hier sind eben die Ballons. Und das finde ich ja schon irgendwie witzig. Ach, hier ist auch eine Anleitung drin. Das ist sehr cool. Aber was ganz anderes. Ja, bin ich mal gespannt. Und so, als nächstes. Oh, cool. Was ist das? Hier sind, ich glaube, hier sind zwei Sachen. Ich lege das mal wieder da rein. Ähm, ja, Perlen. In so eine, in so eine Herzflasche. Und das finde ich auch total süß. Ich glaube, ich hole die da mal raus. So. So sieht das aus. Ist ja auch total cool. Und diese Perlen, die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Die gibt es auch teilweise bei Dreambeats. Da hatten wir auch schon mal so ein Set. Da hatte ich ja schon mal Armbänder gemacht. Hier ist auch wieder diese, diese Gummischnur mit drin. Die war letztes Mal auch schon dabei. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Also diese Dose kann man ja auch super gebrauchen. Die ist echt schön. Ja, sehr cool. So, dann haben wir hier diese Häschenklammern. Die haben eben da hinten dran geklebt. Und die sind auch total niedlich. Finde ich echt süß. Ganz normale Büroklammern. Und, ja. Ist auch irgendwie diesmal echt was anderes drin bis jetzt. Und ich bin mal gespannt. Wie es weiter geht. Ach ja. Wie cool ist das denn bitte? Das ist hier so ein Herzanhänger mit so einem Teddymuster drin. Und hier ist Garn. Und hier ist noch so ein Herzcharme. Und ich frage mich gerade echt, ob das ein Stickmuster. Ja. Guckt mal. Das ist ein Stickmuster. Ist ja der Hammer. Also das finde ich ja mal richtig cool. Das ist ja mal echt was ganz anderes in der Box dieses Mal als sonst. Und auch so kreativ. Also ich habe früher auch schon mal gestickt. Und ich finde das, also mir hat das auch echt Spaß gemacht. Und das werde ich auch auf jeden Fall machen. Also das finde ich total cool jetzt gerade. Also da bin ich echt begeistert von diesmal. Total cool. So, als nächstes haben wir ein Plüschi. Oh, süß. Guckt mal. Das ist so dieses, ja, dieses Nilfertig-Mummen oder wie das heißt. Ich weiß es nicht genau, wie man das ausspricht. Das gab es, glaube ich, immer als Fernsehserie. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass der diesen Tag vorne in der Nase hat. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber ansonsten ist der mega süß. Guckt mal mit dem Schwänzchen hier. Und seinen blauen Augen und den rosa Ohren. Und ja, die Plüschis sind eigentlich immer süß in der Kawaii-Box. Muss ich echt sagen. Ja, der gefällt mir auch total gut. So, dann als nächstes haben wir hier so ein kleines Säckchen. Auch total süß hier mit dem Eis und dem Häschen. Da gab es ja schon mal so eine Art Tourenbeutel, sage ich mal, vor einer Weile. Und der ist jetzt halt klein. Kann man so zumachen. Finde ich auch total niedlich. Also, der gefällt mir. Und so ein Zeugs kann man ja immer gebrauchen. Finde ich sehr schön. Ach, sorry. Ich bin immer noch krank. Dann haben wir hier Funny Forest. Das scheint eine Karte zu sein. Ja, hier ist der Umschlag. Und ich hole das auch nochmal raus. Ja, ist einfach ein blauer Umschlag. Und die Karte, die sieht mir so nach 3D aus. Also, das kann man hier hochklappen. Das ist auch ganz süß eigentlich. Ja, finde ich ganz cool. Kann man dann halt so hinlegen. Also, hinstellen in dem Sinn. So, dann hochklappen. Eigentlich auch ganz süß. So, was haben wir noch? Sticker. Wie immer. Und die sind auch mega süß. Das sind so, auf jeden Fall wieder Puffy-Sticker. Und das sieht so aus, als könnte man diese Kätzchen hier anziehen. Mit diesen Kleidchen und diesen Accessoires, die es hier gibt. Und hier ist dann nochmal so ein, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das müsste ich mal rausholen. Es sieht aus wie so ein Umkleideraum halt eben. Und ja, hier gibt es dann halt jede Menge Kleinkram. Wie hier so Schleifchen und Regenschirmen. Hier Hütetaschen. Und hier sind noch mehr Gleitchen. Und hier sind auch noch Schühchen. Ganz süß. Hier ist noch eine Kasse. Und Geld. Und hier ist die andere Katze. Ja, das ist auch mal ganz cool. Wobei ich halt, ja, mit sowas nicht so viel anfangen kann. Mit diesen Anzieh-Stickern, sage ich jetzt mal. Weil, ja, ich will Sticker halt eingießen oder irgendwie, ne. Aber nicht anziehen. Aber gut. Hier ist nochmal so das Kaufhaus-Thema. Vielleicht kann man das auch irgendwie aufbauen. Aber ich möchte jetzt eigentlich da nicht rausholen. Weil ich lasse die lieber zu. Vielleicht will man sowas ja auch nochmal irgendwie weiter verschenken oder so. So, und jetzt. Ach doch, da ist noch was. Oh, krass. Was ist das denn? Das ist auch so lang. Das sieht aus wie Kekse. Da ist hier ein Bärchen drauf. Und... Ja, hier ist so grün. Ich weiß nicht, ob das Wasabi-Kekse sind. Ich habe keine Ahnung. Wenn sowas grün ist, habe ich ja immer gleich Angst, dass es Wasabi ist. Wenn sowas aus Japan oder so kommt. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Geschmacksrichtung ist. Weil es steht auch, glaube ich, nirgends irgendwie so drauf, dass ich das jetzt lesen könnte. Nee. Also ihr seht ja, hier sind die Kekse drauf. Ich denke, ich werde sie einfach mal probieren. Aber das werde ich dann machen, wenn meine Nase wieder frei ist. Weil ich im Moment... Ja, sowieso nix schmecken kann. Ach, guck mal. Hier steht es auf Englisch. Ich muss mal gerade hier gucken. Schokochip. Keine Ahnung. Ach, okay. Es ist grüner Tee. Ja, dann bin ich ja beruhigt. Alles klar. Also es ist grüner Tee. Grüner Tee-Pulver steht hinten drauf. Ja, werde ich dann auch mal probieren, wie gesagt. Wenn es wieder besser ist. Und jetzt müsste das eigentlich gewesen sein, ja. Hier ist auch ein neuer Player mit drin. Den hatten wir so auch noch nicht. Der ist jetzt halt irgendwie ein bisschen zu groß für die Box. Hier sind auch nochmal die Kekse in einer anderen Geschmacksrichtung. Ich bin ja mal gespannt. Jetzt kann ich mir ja auch wieder die anderen Unboxing-Videos der Kawaii-Box angucken. Und vielleicht habt ihr ja auch andere Kekse drin gehabt als ich. In einer anderen Geschmacksrichtung. Bin ich mal gespannt. Naja. Auf jeden Fall suche ich mir mal gerade hier die Karte raus. So. Da waren wieder elf Sachen drin. Und dann haben wir hier das erste ist diese Stitching Keychain. Das ist das da. Das finde ich echt, also wie gesagt, finde ich cool. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das kann ich euch auch dann zeigen oder so, wenn es fertig ist. Und ja, dann haben wir hier das Plüschi. Dann haben wir die Sticker. Dann... Ach, dieses... Genau. Diese Perlen. Dann der Baby Sheep Pen. Ach, hier steht es auch drauf. Green Tea Flavored Cookies. Dann die Funny Forest Karte. Dann die Kawaii Mini Tasche. Cute Bunny Paper Clips sind die hier. Dann, ja, Crepe Charm. Das ist der hier. Soll also wohl ein Crepe sein. und das Magic Balloon Set. Und ja. Also, somit war alles dabei. Ich muss sagen, die Box war anders als sonst. Und ich finde es auch teilweise ganz cool, was dabei ist und auch die neuen Sachen. Aber sie hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie, ich glaube, die letzte Box oder so war das. Die letzte, nein, die vorletzte. Die fand ich ja ganz extrem toll. Ja, wie gesagt, die war auch cool. Und ich finde es cool, dass mal was anderes drin ist. Auch viel zum Selbstmachen. Aber, ja, war jetzt nicht so, ja, hat mich nicht umgehauen. Aber ich bin zufrieden. Ich bin ja immer zufrieden mit meiner Kawaii Box. Aber, ja. Gut, ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die nächsten Videos werden vielleicht noch ein bisschen dauern, weil, ja, ihr hört es ja, ich möchte eigentlich, also eigentlich wollte ich gar kein Video machen, aber da die Kawaii Box jetzt da ist, wollte ich es euch natürlich zeigen. Aber ich möchte jetzt erstmal wieder gesund werden und dann, ja, kommen dann auch die nächsten Videos von mir. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, ihr Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüssi! Tschüssi!